Hey Leute, ich bin's Benni vom Aquaporisten-Kanal und ihr wolltet ein Update, wie sieht es eigentlich hier draußen aus, das habe ich euch noch gar nicht wieder erzählt und deswegen schauen wir jetzt einfach mal rundherum, was sich in den IBCs getan hat und ich muss gestehen, ich habe gar nicht so viel rausgesetzt, wie ich ursprünglich wollte einfach, ja, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, wisst ihr ja, da habe ich viel zu viel anderes Zeug zu tun, als jetzt hier jeden einzelnen IBC fertig zu machen aber, das werdet ihr jetzt sehen, oder ich nehme euch einfach mal mit und kann es währenddessen erzählen also hier im ersten IBC, wie letztes Jahr auch, wunderschön die Seerosen, die hier ist jetzt gerade verblüht und die da hinten, ja, die ist jetzt kurz davor aufzugehen die ganzen Weiden haben sich wunderbar gemacht, sind jetzt gar nicht so stark gewachsen, wie ich das vermutet hatte aber haben, wie ihr hinten sehen könnt, jede Menge Wurzelwerk gebildet das ist natürlich super, hält hier die Nährstoffe in Schach und vor allem, falls ihr das hier unten seht, spiegelt ein bisschen hält das die Fadenalgen in Schach, das war ein sehr positiver Effekt von diesen Weiden ich hatte das ja in einem anderen Video schon mal angedeutet dass anscheinend die Salicylsäure aus den Weiden sehr stark die Fadenalgen beeinträchtigt und das ist ganz nett, dass man jetzt hier gar nicht mehr so viele Algenprobleme hat in diesem Container ist jetzt auch gar nicht so viel drin haufenweise Tellerschnecken, die kriege ich jetzt wahrscheinlich hier gerade nicht gut drauf da holen wir einfach mal den raus, so hier seht ihr sie, also quasi wie Posthornschnecken noch viel flacher und werden auch nicht so groß, also nur so 1,5 cm Durchmesser in diesem Fall da habe ich hier eine ganze Menge von und die vermehren sich super warum ich hier noch keine anderen Reihen getan habe, war einfach deshalb, weil hier eine Menge Rückenschwimmer und auch Käferlarven drin waren, deswegen habe ich hier keine Fische reingesetzt da müsste ich jetzt, ja ich wollte ursprünglich ja ein paar größere Fische dort einsetzen die da kurz einen Prozess mit den Käferlarven machen da bin ich aber noch nicht zugekommen, mir die zu organisieren und das ist jetzt auch nicht so schlimm ja, ich habe da im Herbst eine Tagung, wo ich dann eventuell die Möglichkeit habe an solche Fische heranzukommen jo, gut, dann gehen wir einfach mal weiter nächster Container, ähnliches Spiel auch hier seht ihr, es sind Algen da, es sind Tellerschnecken da es sind Rückenschwimmer da aber all diese Algen, das war der Container von den Onyx-Garnelen, wo hier die Jungtiere den Winter überlebt hatten der war letztes Jahr komplett voll mit Fadenalgen diese Fadenalgen, die sehen ziemlich traurig aus, also dort alle zusammengeschrumpelt da haben die Weiden hier tatsächlich kurz einen Prozess mitgemacht und das sind jetzt eher, naja was soll ich sagen also ich vermute, dass das eher so Kieselalgen sind die jetzt hier alles übernehmen und den Fadenalgen quasi den Rang ablaufen dafür haben wir hier noch was ganz anderes drin ja, da seht ihr es ein bisschen das sind kleine Wasserflöhe, das sind alles Muskelkrebse das ist jetzt eine ganz andere Muskelkrebsart als die, die ja, drinnen in den Aquarium bei uns rumschwammen also da hatten wir auch verschiedene Videos zu die kann ich mal verlinken das ist eine ganz andere Art sollte sich trotzdem gleich behandeln lassen was haben wir hier? ah ja das ist das Becken, wo die Darius drin sind auch hier alles wunderschön gewachsen die Weiden schön gewachsen die Wurzeln von den Weiden hier dieser Schwimmfahn, das ist Salvinia Nathans der ist wunderbar gewachsen auch sehr gut Outdoor geeignet der sieht jetzt hier noch nicht so richtig schön aus weil die ganzen alten, das braune, was hier am Absterben ist das ist noch das, was drinnen war das muss ich erstmal anpassen aber dann, ja, macht das hier eine Menge Ausläufer und zum Herbst hin, da werde ich das dann nochmal zeigen da wird das dann sehr kompakt das sieht dann richtig gut aus das ist quasi deren Winterform das muss ich dann unbedingt nochmal zeigen wenn es soweit ist weil das ist wirklich schick ansonsten waren auch hier leider eine Menge Rückenschirmer drin ich habe da versucht am Anfang einige rauszufangen musste es aber aufgeben es waren einfach zu viele und da unten drin ist auch zu viel Versteckmöglichkeit wenn ich das ganze Becken hier im Herbst ausräume dann wird sich zeigen wie ich die da rauskriege also ich werde wahrscheinlich das komplette Wasser ablassen zum einen, weil ich die Darius natürlich rauskriegen will zum anderen, weil da auch noch eine Menge Holzmaterial etc. drin ist was ich sowieso dann rausnehmen muss um die Darius rauszukriegen und dann ist der Container wahrscheinlich sowieso schon fast leer nur dass ich das hier jetzt komplett neu machen werde wenn es dann im Herbst so weit ans Abfischen geht achso, da waren auch noch eine Menge europäische Posternschnecken drin aber die werden wir gleich noch mehr sehen hier haufenweise Blasenschnecken ihr seht die am Rand alle hochkriechen ein paar Wasserläufer oben drauf schön klar und dort unten man sieht es jetzt ganz schlecht hier auf der Kamera und auch ich sehe die mit bloßem Auge ganz schlecht da sind nämlich fünf kleine Kardinalfische drin die habe ich hier reingesetzt das sind drei Männchen und zwei Weibchen quasi als Zuchtgruppe also Versuch hier ist nämlich deutlich mehr Struktur hier ist haufenweise an ja wieder mal Ästen und auch was ist es hier ich ziehe euch das mal ein bisschen nach vorne hier so ein Hornkraut das vermehrt sich hier ganz gut die ganze hintere Ecke dort ist eingenommen hier riesige Bestände von diesen Weidenwurzeln da hoffe ich, dass jetzt quasi mehr oder weniger natürlich die Kardinäle sich hier vermehren und da dann, weil einfach mehr Platz ist mehr Futter hier war am Anfang alles voll mit Wasserflöhen das haben diese kleinen fünf Kardinäle wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit einigen ja auch Rückenschwimmern die ich hier drinnen gesehen habe aber jetzt sehe ich hier zum Glück keine mehr ich habe ein paar rausgefangen wahrscheinlich werden noch ein, zwei drin sein ja aber diese Wasserflöhe haben stark abgenommen ich nehme an, wie gesagt die Kardinäle haben die aufgefressen und ich hoffe, dass da jetzt Kardinalnachwuchs rauskommt auch das Becken werde ich dann komplett leer machen um nachzuschauen und um dieses Holz dann auch wieder rauszunehmen und da nächstes Jahr ein ganz sauberes Becken am Start zu haben nächstes Becken hier ist nicht viel los außer eine relativ gute ich hoffe, man sieht das hier Posthornschneckenzucht da sitzen überall die europäischen Posthornschnecken das sind jetzt hier relativ kleine Exemplare ich schaue mal, ob ich ein großes nö, die großen wollen hier gerade nicht und grünes Wasser das heißt, hier sind sehr wenig Wasserflöhe am Start ist nicht so schlimm ich hatte hier ursprünglich mal gedacht dass ich da die jungen Medakas reinsetzen könnte aber da werdet ihr nachher mehr von sehen dementsprechend nichts drin hier auch Seerose, der geht's gut hier hatte ich einige Wasserkäfer drin gesehen deswegen sitzt da nichts drin und ansonsten ist hier auch relativ wenig drin los eigentlich sollten da meine ich Spitzschlammschnecken drin schwimmen ich sehe aber gerade keine kann sein, dass die einfach tiefer sind und sich woanders was zu futtern suchen hier wieder mal einen Haufen Blasenschnecken oh, da haben wir einen toten Rückenschwimmer und hier, das ist ganz spannend das sind zwar Schwebealgen aber das sind sogenannte Wolvox das sind so kugelförmige Algen die sieht man auch mit bloßem Auge dass es jetzt nicht so einfach grünes Wasser ist sondern da schwimmen ganz viele kleine grüne Kugeln drin rum ja, was das jetzt genau zu bedeuten hat wo die herkommen, keine Ahnung ich finde es jetzt nicht sonderlich schlimm hier ist wieder eine schöne Population von diesen Blasenschnecken auch die Wurzeln hier haben sich ganz gut gemacht generell überall die Weiden die gefallen mir eigentlich ganz gut wachsen hier ohne Ende und bilden dann so richtig schöne dort hinten sieht man das wieder Wurzelteppiche aus jetzt habe ich noch ein Stückchen abgebrochen so nächster Container gleiches Bild hier waren auch wieder große Wasserkäfer drin da wollte ich das Risiko nicht eingehen und hier in dem letzten Container auch wieder haufenweise Schnecken und eben Rückenschwimmer wo ich mir gedacht habe das Risiko gehe ich nicht ein ich hatte die Idee da noch den ein oder anderen Fisch rauszusetzen jetzt ist es schon fast wieder zu spät es war ja auch ein relativ komisches Frühjahr dass ich im Mai gar nicht dazu gekommen bin großartig da was ja rauszusetzen da war es einfach noch zu kalt für habt ihr ja gesehen abgesehen von den Caudis und den Kardinälen und jetzt ja wollte ich mich dann auch nicht mehr in der Umstrukturierungsphase da noch ranwagen so viel anderes Zeug zu ranzuschaffen ja vielleicht ganz kurz hier haben wir diese Mini Kiwi die wirkt ganz gut jetzt ich dann auch hier wickele ich die immer so drum dass sie dann hier weiter wächst leider ist das genau das männliche Exemplar das weibliche wird immer wieder von den Reden abgefressen vorne auch aber hier schaut euch diesen der ist sehr stark beschattet hier ist eigentlich kaum Licht oben drüber ja hier der Holunder da fällt öfter mal was rein und was für ein wunderschöner IBC also sowohl die Seerosen als auch dieses Hornkraut also Hornkraut wirklich ohne Ende sieht wunderbar aus hier es hat auch rote Stängel also ich hatte eigentlich erwartet ich hatte nämlich von Stefan das ähm raue Hornkraut mitgenommen und das macht hier rote Stängel und wächst auch so ein bisschen wie das mexikanische ich weiß echt nicht ähm Stefan hatte sich das auch nochmal angeschaut er vermutet dass das raue Hornkraut bei sehr viel Licht einfach auch rote Stängel macht das wäre durchaus möglich die blühen jetzt hier nämlich nicht so wie das das mexikanische öfter mal machen würde und sind äh wenn man mal ein bisschen weiter guckt hier äh da wo nicht so viel Licht hinkommt da sind die Stängel nämlich auch grün also das macht schon irgendwie Sinn aber es sieht von oben wenn ihr hier mal so drüber schaut ähm das sieht schon wirklich toll aus und da ist jetzt so viel Pflanzenmaterial drin ähm das also kaum zu fassen das macht richtig Spaß wenn ich da mal runter gucke alles richtig wunderbar klar bis zum Boden ich sehe da jetzt auch eine Menge Glanzwürmer hatte ich ja nochmal Glanzwürmer äh ach vielleicht hatte ich das gar nicht gesagt ich hatte in fast jeden Container noch Glanzwürmer reingesetzt also auch die dort hinten wo keine Tiere drin sind und werden dann im Herbst mal schauen äh wie die Glanzwurm Population so aussieht und hier in diesem Container da muss ich dann mal Wasser Unterwasseraufnahmen machen ähm ähm auch noch sehr viele weiße Mückenlarven also hier seht ihr sie falls ihr es denn auf der Kamera sehen könnt dort schwimmen einige rum und weiße Mückenlarven sind eigentlich immer ein Zeichen für ähm gute Wasserqualität also das spricht hier für sich gute Wasserqualität ich habe da natürlich auch nicht viel gemacht aber vor allem auch relativ kühl also gleichmäßige Temperaturen hier drin und ihr wisst was in diesem Container noch ist nämlich ein Pärchen von den Darius und da bin ich besonders gespannt wenn ich das im Herbst dann mal leer mache ähm zu schauen wie sieht es mit den Darius aus warum mache ich die leer ähm der sieht doch so schön aus ja auch da liegt einiges an Holz unten auf dem Boden wo ich mal schauen will wie sieht das so aus und hier sehe ich das gerade na komm raus seht ihr sie schon da eine kleine Libellenlarve also hier sind einige Libellenlarven auch drin ähm ich werde die jetzt nicht aus allen Containern rausschmeißen im Gegenteil ich werde die dann von hier nehmen und in einen anderen Container schmeißen die können dann in einem Container äh dürfen dann auch mal die Libellen sich ja ausbreiten aber das darf nicht die Regel werden äh das muss ich also nicht unbedingt haben so hier haben wir noch einen Container auch hier ähm ja sind diese kleinen kugeligen Algen das sieht man jetzt gar nicht so gut aber ähm da ist jetzt auch nichts weiter reingekommen nächster sehr schön zugewachsener Container da muss also was drin sein wenn es so gut aussieht eigentlich wollte ich hier diese ähm ja Entengrütze diese Lenmar Wasserlinsen wollte ich hier eigentlich gar nicht rein haben die sind irgendwie ja haben sich da irgendwie eingeschleppt keine Ahnung wie die da reingekommen sind aber das Witzige ist dass nicht nur diese normale Wasserlinse hier drin steckt sondern auch ja da könnt ihr sie jetzt mal sehen hier unten ähm ja wie heißt sie denn ich blende das hier mal ein diese Wasserlinse die unter Wasser wächst die ist eigentlich ganz witzig gar nicht mal so schlimm zu haben ähm vielleicht überlege ich mir die auch mal ins Aquarium rüber zu setzen also das ist ganz schick außerdem auch hier wieder jede Menge von diesem ähm Hornkraut drin natürlich die ganzen Algen naja Algen in Anführungszeichen viel mehr als Algen sind das hier ähm die Wurzeln von den Weiden aber in der Ecke seht ihr auch noch ein paar Algen am Anfang waren sehr viele ähm ja so Grünalgen da die wurden jetzt anscheinend ganz gut von den ganzen anderen Wasserpflanzen nämlich den ähm ja Lenmar hier den Wasserlinsen aber auch dem Hornkraut und das hier das ist ähm Krebsschere ihr seht es hier also große Pflanzen die alle nach oben gekommen sind haben alle den Winter überlebt ähm und die haben das anscheinend hier sehr gut übernommen schauen wir nochmal hier rein eben hatte ich hier doch gerade ein Tier gesehen hier stimmt übrigens noch dieser Lebendfuttersammler hatte ich zwischenzeitlich noch zwei, dreimal was mitgemacht ähm wollte ich eigentlich nochmal rausholen oder weitere Tests mitmachen aber auch da bin ich leider nicht so gekommen trotzdem ist unser kleiner Kollege den ich jetzt eigentlich filmen wollte gerade abgehauen denn hier sitzen natürlich die Cowdies drin die sehe ich auch eigentlich ganz gut verstecken sie jetzt gerade aber alle also normalerweise wenn ich hier vorbeikomme sehe ich da immer welche von das ist jetzt wahrscheinlich der Kameraeffekt Vorführeffekt wie man auch immer das nennen will also hier waren jedenfalls eine Menge Cowdies drin die ließen sich auch gut sehen ähm wie viele Nachkommen da jetzt drin stecken kann ich ganz schlecht sagen ähm ja weil ihr seht ja wie das Ding aussieht ähm da kann ich jetzt nicht sagen wie viele da drin sind aber es sind definitiv eine Menge drin alle die ich da klein reingetan habe habe ich jetzt schon gesehen dass die alle äh eine ganz gute Größe erreicht haben und da sollte sich eigentlich auch Nachwuchs einstellen so hier seht ihr jetzt aber was äh seht ihr sie da unten blitzen äh und versteckt das ging schnell hier sind also auch die Kardinäle drin und zwar die ganzen restlichen da müssten jetzt 25 Stück hier drin sein ähm man sieht von denen ja am Anfang hat man sie alle gesehen und dann ist dieses Hornkraut hier hier sieht man jetzt ganz gut dass es wirklich das Raue ist ähm weil unten die Stängel einfach grün werden ähm ja und von dem das hat sich ohne Ende hier vermehrt ihr seht ja das ganze Ding ist voll abgesehen von den vielen Weiden die hier auch noch wachsen da hinten an der Wand ist noch eine Prosthornschnecke ähm ja da sieht man nicht mehr viel also ab und zu sieht man noch mal diese schönen orangenen Fischchen hier lang flitzen aber ansonsten ist das extrem schwer da kommt mir mal einer raus ja vielleicht seht ihr sie jetzt so ich schiebe das Ganze mal ab da unten drinnen ja schwierig also ich habe hier auch sehr angestrengt reingeschaut ob ich mal irgendwie Jungfische sehe ähm tue mich dabei extrem schwer also entweder die fressen ihre Eier sehr gut auf ich habe schon äh Balzen gesehen die müssten hier auch drinnen laichen also es wäre schlimm wenn nicht äh die haben ja alle eigentlich dicke Bäuche durchgehend dicke Bäuche und es war eigentlich immer genügend Futter da also ich habe geguckt am Anfang waren ja Wasserflöhe da Mückenlarven ab und zu habe ich auch mal zugefüttert aber jetzt nicht so stark ähm ja und da warte ich eigentlich drauf dass ich hier mal Jungfische sehe könnte aber sehr gut sein dass ich die erst zu Gesicht bekomme wenn ich das Becken hier dann auch leer mache das werde ich leer machen müssen sonst werde ich nämlich nicht alle Tiere rauskriegen ähm da möchte ich das auch eigentlich gerade bei Fischen sicher gehen dass ich die nachher alle erwischt habe und hier haben wir jetzt den letzten Pott der bis vor kurzem ganz furchtbar aussah ähm da war wirklich alles voll mit so einer Art ja Schloss, Schleim, Algen irgendwie ähm und deswegen habe ich hier nichts reingesetzt jetzt haben die Wasserflöhe übernommen die haben hier alles leer gefressen was irgendwie in Algen da war auch hier sind noch zwei so Krebsscheren drin ein bisschen von diesen Wasserlinsen und eine Portion Moos die ich ganz schlecht identifizieren kann ich vermute mal es ist so ein bisschen Stringy Moos was ich von Stefan mal hier mit reingenommen hatte und ihr seht es sind so viele Wasserflöhe das ganze Zeug was auf der Oberfläche schwimmt das sind alles diese Dauereier und dort am Rand kleben sie auch die könnte ich jetzt also einsammeln und ähm da dann im Winter oder bei mir drinnen quasi sterile äh Daphnien wieder rausziehen Wasserflöhe ansonsten sind da unten noch ein paar europäische Kostanschnecken drin die vermehren sich jetzt hier gar nicht mal so riesig aber was ich ganz spannend finde jetzt kriege ich natürlich hier gerade keinen vor Gesicht ich sage es euch einfach also hier sind noch jede Menge Wasserasseln drin die sind auch von alleine hier reingekommen beziehungsweise müssen halt irgendwie mit den weiß ich nicht Krebsscheren oder so hier irgendwie eingewandert sein die ähm habe ich eigentlich ganz gerne da habe ich schon mal überlegt früher oder später hatte ich ja angekündigt dass ich eine Playlist zu Futterzuchten machen und ähm diese Wasserasseln sind eigentlich sehr hilfreich also jetzt nicht unbedingt nur als Futter sondern die könnte man äquivalent zu Garnelen auch äh im Aquarium denke ich ganz gut einsetzen da muss ich mal gucken wie ich die so ja vermehrt kriege da werde ich hier ein paar aus diesem Container definitiv nochmal reinholen und dann auch drinnen eine kleine Zucht ansetzen die dürfen sich jetzt erstmal noch hier ausbreiten da sind einige drin und ähm ja dann werden die im Herbst wahrscheinlich ein paar nach drinnen also in das Aquarium umziehen außerdem und deswegen vermute ich dass die Postonschnecken sich hier nicht vermehren sind hier einige Schneckenegel drin und das ist ein weiterer Grund warum ich aus diesem Container hier ähm wenig rausnehme das wäre natürlich die Idee beziehungsweise das hatte ich ja schon lange geplant dass ich mal ähm so eine Art Tümpelguide oder wie auch immer kleinen Bestimmungskurs für für solche kleinen Tierchen die man so beim Legenfutterfang äh im Netz haben kann äh aufnehmen wollte und da bietet es sich natürlich an auch ein paar von diesen naja ich sag mal unangenehmen Kollegen dabei zu haben also irgendwelche Planarien hier solche Schneckenegel deswegen habe ich hier das jetzt einfach so gelassen ähm ähm im Rahmen wahrscheinlich im Herbst wenn ich dann ein paar Becken mal leer mache wird das dann kommen und dann werdet ihr auch sehen was da alles so in den Becken drin ist so jetzt mache ich hier mal aus und kriege noch eine kleine Überraschung ich könnte vorne noch die Garnelen zeigen aber das ist eigentlich nicht spannend das sieht genauso aus wie hier ähm von den Garnelen sieht man auch also ich habe keine kleinen gesehen aber es sind ganz viele Adulte da wir haben sehr viele reingesetzt ähm es könnte sein dass die sich entweder nicht so stark vermehrt haben oder die ganzen kleinen einfach unten im Laub sitzen ich sehe ja nur den Rand oben das ist relativ trüb da ähm mache ich nochmal ein eigenes Video wenn ihr das wollt aber wie gesagt lasst euch überraschen was jetzt noch kurz kommt da sind wir und genau der Wein hier der hat sich wunderbar vermehrt ich muss den ständig hier wieder festmachen ähm das wollte ich natürlich einfach noch zeigen dass hier ansonsten in diesem äh schwarzen Container den ihr wahrscheinlich kennt ähm sich ein bisschen was getan hat leider haben sich die Pflanzen da drin ganz furchtbar schlecht entwickelt alles abgestorben ähm wahrscheinlich doch einfach zu viel Licht ihr seht jetzt hier schon so ein paar mit Darker zum Rumflitzen und ich hab das jetzt nicht weiter groß äh mich um diesen Leichmob da drüben gekümmert wo ich mich aber darum gekümmert hab ist die zu füttern weil hier wahrscheinlich nicht so fliegt viel Anflugnahrung kommt das heißt da hinten da seht ihr ist ein Schmetterling reingefallen äh den lasse ich auch einfach hier drin äh da waren ja noch zwei, drei Garnelen auf dem Boden die können sich darüber freuen wenn nachher irgendwas absinkt da auch schon mal ein, zwei Nacktschnecken reingefallen wenn da größere Sachen waren hab ich die dann doch mal rausgeholt äh aber das was äh da rumschwimmt das sind ähm ähm ja verschiedene Teile von ähm Pflanzen die hier so im Garten waren also da ist jetzt ein Stückchen Distel ein Stückchen Mohn Mohn ist jetzt eigentlich nicht so super für ähm Fische aber das ist jetzt nur ein kleines Stückchen ähm und zwar sind da immer ganz viele Blattläuse dran und irgendwer hat mir mal geschrieben äh ich fütter die immer mit den Blattläusen die ähm ähm ja irgendwo an meinen Pflanzen hängen und hab ich gedacht wunderbar hier hab ich jede Menge Blattläuse dann mach ich das auch und das funktioniert tatsächlich dass die äh äh Medakas da ja das Ganze untersuchen und dann auch den einen oder anderen ähm ähm ja das ein oder andere Insekt den ein oder anderen Blattlaus wahrscheinlich da verzehren jetzt könnte das Ganze sicherlich viel besser aussehen wenn ich hier die ganzen Pflanzen drin hätte deswegen werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall versuchen die nach vorne zu setzen in die anderen EBCs vielleicht könnte ich das doch auch jetzt schon machen fällt mir gerade so auf ich hatte ja noch ein paar frei ähm dass ich die Adulten hier rausfange jetzt sage ich schon Adulte weil da drinnen jede Menge kleine Jungtiere rumschwimmen ja ich versuche die Kamera mal da rein zu zwingen so ihr seht auf der Oberfläche winzig kleine Kommas rumflitzen also die Jungtiere die hier so drin sind sind so zwischen 0,5 Millimeter ah nicht 0,5 sondern 0,5 und 1 Zentimeter 0,5 Millimeter ist doch ein bisschen arg klein ne aber die sind ähm also gut sichtbar so wie Guppi Junge ungefähr oder teilweise ein bisschen kleiner und denen scheint es hier sehr gut zu gehen ich weiß jetzt nicht so ganz genau wo die jetzt ihre Eier dran gelegt haben wir können das ja gerade noch mal kontrollieren ob die jetzt wirklich hier diesen Leichmob verwendet haben ähm ich hatte das ab und zu schon mal gemacht ich sehe da jetzt keine Eier aktuell so war das beim letzten Mal auch das heißt für mich dass sie höchstwahrscheinlich da unten an den Ast ihre Eier dran gelegt haben oder halt an irgendwelche Pflanzen die ich dort reingetan habe mit Blattläusen ähm aber ist mir eigentlich auch egal wo sie jetzt ihre Eier genau hingelegt haben ich freue mich jedenfalls dass hier eine Menge Jungfische drin rumschwimmen das dürfen jetzt hier so ja ich denke mal 20 Stück werden das schon sein dafür dass es so alte Tiere waren ähm bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit und ja vielleicht setze ich die Alten jetzt tatsächlich noch mal rüber dass die noch mal ein bisschen ähm ja freies Wasser quasi haben dass die Jungfische hier in Ruhe aufwachsen können und die auch noch ein bisschen mehr Futter haben vielleicht noch ein paar andere Jungfische produzieren können ok jetzt habt ihr gesehen wie es hier aktuell so aussieht ja ich bin wie gesagt ganz zufrieden hab mich nicht so doll drum gekümmert wie ich das eigentlich hätte tun sollen ich wollte ja viel mehr füttern ich wollte viel mehr Fischarten hier haben aber ihr wisst es hat sich alles ein bisschen verschoben ähm nächstes Jahr ist immer noch äh die Möglichkeit dazu gegeben ist jetzt auch nicht so sonderlich schlimm weil ähm ja die brauchen ja nicht unbedingt Pflege hier ich bin ja schon so ganz äh beeindruckt wie sich das Ganze entwickelt also auch mal die die Wasserflohzyklen quasi zu beobachten wann ist wieder klar wann gibt es wieder grünes Wasser dann wie sich die Schnecken und so vermehren und die sind ja eigentlich überall drinne das ist insofern schon ganz nett und ähm ja da werden sicherlich noch die ein oder anderen Fische in Zukunft mal reinkommen ähm ähm wenn ich die ähm wenn ich die entweder größeren Fische dann habe um vorher aufzuräumen oder ähm die Becken vorher wirklich leer gemacht habe dass ich mit Sicherheit sagen kann dass da jetzt keine Wasserkäferlarven oder Libellenlarven äh Rückenschwimmer irgendwas drin ist die Rückenschwimmer die können fliegen die Käfer genauso aber bis sich die Larven entwickeln ähm das dauert halt ein bisschen und da möchte ich jetzt nicht unbedingt irgendwelche Fische drin haben wo ich denke ja ähm ähm die möchte ich da vermehren und dann weiß ich da sind jede Menge Libellenlarven oder ähm irgendwelche Käferlarven drin wo ich dann Angst haben muss dass die eben die die Nachkommen wegfressen von daher ähm gehe ich es lieber ein bisschen langsamer an und freue mich eigentlich über alles was sich jetzt so extrem gut entwickelt hat und äh kann darauf aufbauen und weiß schon mal dass es mit dem Hornkraut äh super Versteck ist diese ähm Wurzeln von den Weiden haben super funktioniert sodass ich im nächsten Jahr auf jeden Fall darauf bauen kann und sicher sein kann dass also auch Fische die mehr Verstecke noch brauchen ähm ähm ja ich dort gut einsetzen kann und in dem Sinne bis zum nächsten Update und ciao